Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Linux Guides Admin und wir werden uns heute wieder um den Libre Workspace beschäftigen. Im letzten oder vor zwei Videos habe ich euch ja gezeigt, wie man das intern aufsetzen kann auf einer virtuellen Maschine und so weiter, dass man das einfach mal austesten kann. In diesem Video werden wir gleich zwei Sachen auf einmal behandeln. Einmal, wie wir das auf einem bestehenden System installieren können, also auf einem bestehenden Debian Server jetzt in diesem Fall. Der Server ist komplett leer, da ist nichts drauf. Man könnte das auch auf einem bestehenden installieren, wo dann noch ein bisschen was drauf ist. Muss man aber immer ein bisschen abwägen. Jedenfalls das einmal und auch eine öffentliche Instanz. Und das Ganze nicht nur eine öffentliche Instanz irgendwo in einem Cloud Center oder sowas, sondern bei euch direkt zu Hause. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt an, was wir alles dafür brauchen und wie dann das Ganze vonstatten geht. So, ich zeichne euch jetzt hier erstmal was Schönes aus. Also, was wir einmal haben, ist unseren Server. Das ist jetzt hier einmal unser Libre Workspace. Ich mache das gleich mal ein bisschen größer. So, das ist einmal der hier. Den behalten wir mal auf der linken Seite. Das ist unser Server. Gut, und dieser Server, der kann entweder irgendwo im Internet stehen. Das heißt, wir machen mal auf die andere Seite sowas. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das ist unser Internet. Das packen wir auf diese Seite. Da kann ich hoffentlich auch was hinzuschreiben. Internet, genau. Manchmal, also wenn wir das wollen, können wir, wenn wir das irgendwo gehostet haben, aber bei irgendeinem Cloud Provider, dann können wir hier direkt eine Linie hinziehen, wie er dann direkt mit dem Internet verbunden ist. Da können wir das dann relativ einfach durchziehen, wenn wir jetzt eine öffentliche Domain haben. Beispielsweise, jetzt setzen wir hier mal unseren DNS hin. Vielleicht setzen wir den sogar auch hier irgendwo hin. Vielleicht sogar auch ins Internet. Dieser DNS-Server, der kann tatsächlich direkt hier auf den Libre Workspace zeigen. Das machen wir jetzt mal in die andere Richtung. Vielleicht machen wir das auch so. Und ja, aber als andere Richtung ist der Libre Workspace auch direkt mit dem Internet verbunden. Nehmen wir das einfach mal so. Das wäre die eine Möglichkeit oder das wäre die öffentliche Möglichkeit. Das heißt, wir müssen hier nur verschiedene DNS-Einträge auf die IP-Adresse dieses Servers zeigen lassen. Das könnte hier sowas sein. Beispielsweise, das könnte eine öffentliche IP-Adresse sein. So, jetzt können wir das aber auch entweder so einmal komplett öffentlich haben oder wir wollen das trotzdem bei uns zu Hause betreiben, aber trotzdem vom Internet aus zugreifen. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. So habe ich beispielsweise auch meinen persönlichen Libre Workspace eingerichtet. Das heißt, er hat dann so eine IP-Adresse beispielsweise. Nehmen wir mal hier die 20. So, das ist eine lokale IP-Adresse. Das heißt, davor ist ein Router geschaltet. Und dieser Router, der hat eine Besonderheit. Natürlich kann der Libre Workspace ja einmal raus. Wenn wir da aber tatsächlich in die Libre Workspace reinfallen von außen, müssen wir am Router vorbei. Und das machen wir dann mit einem sogenannten Port Forwarding. Das reichern wir mal hier rein. Port Forwarding. Das ziehen wir mal da hin. Und das andere ist ganz einfach, die die ganz normale Internet verbinden. So, das müssen wir einmal einrichten. Und dann haben wir jetzt die coole Besonderheit. Unser Router wechselt seine eigene IP-Adresse die ganze Zeit. Hier haben wir eine statische IP-Adresse. Die bleibt in zwei Monaten, in fünf Jahren immer noch die gleiche. Beim Router wechselt die aber eventuell sogar jede Woche oder jeden Tag. Und da müssen wir natürlich irgendwie trotzdem immer wissen vom Internet, okay, wenn ich jetzt www.li-wo beispielsweise eingebe, dann muss ich trotzdem noch wissen, muss hier irgendwie das Internet wissen, ah, okay, ich muss jetzt genau diesen Router mit einer ganz speziellen IP-Adresse erreichen. Ich trage hier einfach mal ein Fragezeichen an, einfach weil das sich immer die ganze Zeit ändert. Das heißt, dass wir hier nochmal zusätzlich brauchen. In der Heimkonfiguration ist ein sogenannter DynDNS. Der sagt dann dem DNS-Server, beziehungsweise eigentlich können wir den Flow andersrum zeichnen. Wir tragen in unserer DNS-Domain einmal den DynDNS-Server ein und der DynDNS-Server, der zeigt dann hier auf unseren Router. Und unser Router sagt dem DynDNS-Server auch immer so ein bisschen Bescheid, hey, wie funktioniert denn das? So, dass wir vom Internet außen dann hier über den DynDNS, über den Router in unseren Libre-Workspace reingehen können. Bei einer öffentlichen Instanz, also bei einem öffentlichen Server ist das alles nicht so wild. Das tragen wir einmal im DNS ein und wir kommen da sofort rein. Bei dem Lokalen müssen wir hier rein. Wir machen heute direkt das Komplizierte. Das Einfache kann man super einfach machen. Ich habe hier schon mal tatsächlich direkt eine DNS-Seite offen von li-wo.de, was wir jetzt heute einfach mal mit reinnehmen. Hier haben wir verschiedene IP-Adressen. Und diese IP-Adressen müssen bei der einfachen Variante einfach auf die IP-Adresse eures öffentlichen Servers zeigen und dann läuft das so weit. In meinem Fall ist der öffentliche Server noch kein fertig installierter Libre-Workspace. Nicht mit der ISO-Datei, sondern einfach nur ein schlichtes Debian, noch nichts weiter drauf. Und von diesem Startpunkt fangen wir heute an. Ich hoffe, ich habe euch alle mitgenommen am Anfang. Und jetzt legen wir nach und nach los. Und ich würde sagen, wir fangen immer direkt am Anfang hier mit diesem Connection-Punkt an. Wie gesagt, beim DNS, wenn wir hier das außerhalb haben, super einfach. Wir müssen hier die IP-Adresse, am besten auch die IPv6-Adresse jeweils anpassen für das Sternchen und Add jetzt in dem Fall. Und dann läuft das jetzt bei diesem DNS auch schon direkt. Ja, wir haben das jetzt hier aber etwas, ich sage mal, anders. Und zwar geht das nämlich jetzt gleich nicht mehr über so eine IP-Adresse, wie gesagt, weil die ändert sich immer. Das heißt, wir brauchen einen dünnen DNS-Anbieter. Da gibt es viele verschiedene. Da möchte ich euch auf keinen zuweisen. Ich überspringe das heute auch, wie ihr das im Router einrichtet. Da gibt es genügend andere Videos zu, sonst wird das Video einfach zu lange. Ich packe euch da auch gerne mal was in die Videobeschreibung, dass ihr da Bescheid wisst. Bei mir habe ich so einen dünnen DNS schon eingerichtet. Das heißt, wie müssen wir jetzt unseren DNS, livo.de beispielsweise, so konfigurieren, dass der hier auf den Router, beziehungsweise auf dieses dünnen DNS zeigt. Das machen wir über sogenannte CNAME-Einträge. Vielleicht nochmal kurz vorweg, braucht man denn so eine komplette Domain? Ja, braucht man auf jeden Fall. Man kann da jetzt momentan noch nicht eine Unterdomain nehmen, beispielsweise cloud.libreworkspace.minserver.de. Das funktioniert noch nicht. Aktuell braucht man auf jeden Fall noch so eine Domain im Second Level, worüber man dann die komplette Kontrolle hat. Und was quasi auch fast komplett für den Libreworkspace drauf geht. Aber beispielsweise www.livo.de und nur livo.de, das ist normalerweise nicht belegt vom Libreworkspace. Das heißt, man kann ganz normal seine eigene Webseite haben und dann zusätzlich zu seiner Domain dann halt eben dann nochmal verschiedene Einträge. Einmal für Cloud, Office, Portal und so weiter. Kann man hier entweder auch eintragen einzeln oder wir können alles für alles eintragen. Dann brauchen wir dann diese Sternchen und Ads. Die tragen wir gleich diesbezüglich ein und dann funktioniert das auch. So, das ganze Mail-Zeugs ist uns in dem Fall egal. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. In meinem Fall muss ich jetzt den DynDNS-Anbieter referenzieren, beziehungsweise meine DynDNS-Adresse. Das ist am Ende hier ein CNAME-Eintrag. Das heißt, ich ändere das jetzt in einem CNAME-Eintrag und wähle als Destination meine DynDNS-Adresse ein. Am Ende packe ich da noch einen Punkt hin, weil man das, glaube ich, so macht. Ich glaube, ansonsten machen es die meisten auch automatisch, die meisten Anbieter. Ich packe hier noch mal einen Punkt am Ende rein. Das ist hier wohl ganz wichtig. So, den Quattro-Voreintrag, den IPv6-Eintrag, dafür lösche ich. Das soll nur einen CNAME-Eintrag geben. Das passt für mich. Und genau das Gleiche machen wir mit diesem Ad. Das heißt, ich wähle hier einmal CNAME aus und gebe einfach noch mal dieses meine DynDNS-Adresse ein. Die müsst ihr natürlich dann durch den DynDNS-Anbieter bekommen. Wie gesagt, ein Video dazu, wie ihr das auch bei eurem Router dann einrichtet. Das gibt es dann in der Videobeschreibung. So, das wäre jetzt für meinen ganz speziellen Fall die Konfiguration, die ich mache. Ich lösche diese Einträge, weil ich nur CNAME-Einträge habe. Und diese CNAME-Einträge haben wir Sternchen und Add einmal. Und die zeigen auf die Destination. Und damit zeigt die gesamte Domain auf diesen DynDNS-Eintrag. Ansonsten könnte ich hier natürlich auch eine IP-Adresse eintragen. Das wäre dann aber kein Typ CNAME, sondern A oder bei einer IP-V6-Adresse. Ja genau, dieses Quattro A. So, dann wähle ich hier einmal DNS-Record speichern aus. Ist okay. Ja, ich glaube, er will keinen Punkt haben. Oder er will kein Add haben. Das kann natürlich auch sein. Ne, er will den hier nicht nehmen von dem Add. Das heißt, dann lassen wir den Kollegen sein und löschen genau dieses Add auch komplett raus. Dann brauchen wir das wohl in dem Fall erstmal gar nicht, sondern gehen nur mit dem Sternchen rein. Ich denke, das ist auch erstmal okay. Das heißt, ich lösche das nochmal. Und damit haben wir jetzt hier unser DynDNS nochmal etwas vereinfacht. Nur dieses Sternchen auf CNAME. Und dann läuft das soweit. Ansonsten könntet ihr ja auch für jeden einzelnen so einen CNAME-Eintrag machen. Einmal für Cloud so einen CNAME-Eintrag. Dann für Portal so einen CMAME-Eintrag und so weiter. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, perfekt. Das Ganze wurde jetzt eingestellt. Damit haben wir schon mal jetzt, wenn wir in unser Schaubild schauen, diese Verbindung sozusagen fertig gemacht. Diese Verbindung zwischen Router und DynDNS, die überspringen wir, wie gesagt, in diesem Video. Die könnt ihr euch in anderen Videos nochmal anschauen. Die erklären das eventuell auch viel, viel besser. Das, was wir jetzt aber trotzdem nochmal uns anschauen, ist das Port Forwarding bei meiner eigenen Fritzbox. In der Fritzbox gehen wir hier auf Internet und dann einmal auf Freigaben. Und hier habe ich jetzt verschiedene Server schon drinnen. Einmal meinen richtigen Libre Workspace. Das ist der hier. Den muss ich jetzt mal für das Video ganz kurz opfern. Das heißt, ich schalte die Dinger mal aus. Denn man kann immer nur ein Gerät weiterleiten von diesem Port, weil euer Router als ein Server sozusagen im Internet erscheint. Das heißt, wenn man über einen speziellen Port auf den Libre Workspace oder auf irgendwas dahinter will, dann funktioniert das halt eben nur für ein Gerät. Ich kann da nicht direkt gleich zwei gleichzeitig machen. Da müsste ich einen Trick mit einem zusätzlichen Reverse Proxy oder sowas machen. So, das heißt, ich wähle jetzt hier Gerät für Freigaben hinzufügen aus und ich schaue mal, ob ich das Gerät finde. Und jetzt müssen wir diesen Debian Server hier auswählen. In meinem Fall habe ich jetzt hier die 22er IP-Adresse sogar. Lasst uns mal schauen, ob ich das finde. Da ist es schon. Das heißt, in meinem Fall nur Debian. Und dann werde ich hier unten nochmal eine neue Freigabe reinsetzen. Port Freigabe, ganz wichtig. Ich wähle einmal HTTP-Server aus, wähle OK aus, dann neue Freigabe und wir wählen HTTPS-Server aus, OK. Und wenn wir Jitsi noch mit an Bord haben, dann wähle ich einmal andere Anwendungen aus, gebe Jitsi als Bezeichnung an. Protokoll wähle ich für Jitsi UDP genau in diesem Fall aus und wähle die 10.000 bis 10.000 aus. Und das wird sich dann zu 10.000 packen und ich wähle hier einmal OK aus. Und dann wähle ich übernehmen aus und damit hätten wir die Port Freigabe auch schon durch. Ich lade den Kollegen nochmal neu. Perfekt, hier haben wir das Debian Zeugs. Das wird nur noch das IPv6 Zeug sein. Genau, IPv6. Ich arbeite meistens, aber sowieso jedenfalls in meinem lokalen Netzwerk nur mit IPv4. So, dann ist das schon mal vergeben. Und jetzt könnten wir direkt von außen auf diesen Libre Workspace zugreifen. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich alles fertig haben. Hier diese gesamte Linie, sodass wir jetzt auf jeden Fall aller, aller spätestens jetzt natürlich mit dem Libre Workspace anfangen können, den zu installieren. Kann man tatsächlich auch schon davor machen und das am Ende einrichten. Aber da vor allem das hier einen Ticken immer braucht, ist das gar nicht so schlecht, wenn wir das hier vornherein anfangen. So, das heißt, wir gehen jetzt auf unseren Debian Server. Ich werde mal zum Root Nutzer, gebe mein Passwort ein und jetzt installieren wir den Kollegen mal auf einem bestehenden Server. Das ist auch gar nicht so super schwierig. Wir gehen einmal auf die Dokumentation vom Libre Workspace. Da ist er. Wir wählen Installation oder Installation on an existing Debian oder Ubuntu System an. Und da haben wir verschiedene Befehle. Mit dem ersten Befehl laden wir uns die aktuellste Version vom Libre Workspace runter. Das heißt noch linuxarbeitsplatz.deb. Dann installieren wir genau dieses Paket auf unserem Debian Server und dann läuft das. Nebenbei kann man auch etwas anderes als einen Debian Server nehmen. Ja, man könnte auch einen Ubuntu Server nehmen. Ich empfehle aber ganz klar langfristig einen Debian Server. Einfach, weil sich der Libre Workspace da nach und nach immer mehr drauf spezialisiert. Klar, manche Libre Workspaces laufen aktuell noch mit Ubuntu. Das heißt, da wird es in gewisser Weise immer eine Kompatibilität geben. Aber macht das mit Debian, solange ihr das könnt und entscheiden könnt. Da seid ihr auf jeden Fall sicherer für die Zukunft bezüglich des Libre Workspaces. Gibt es das Ganze nochmal für andere Serversysteme? So fertig nicht. Man kann natürlich immer selber sich das anpassen für andere Serversysteme. Würde ich euch aber erstmal nicht groß empfehlen. Genau. Ich würde sagen, wir warten kurz, bis die Installation fertig ist. So, die Installation ist nun fertig. Und wir können jetzt hier einmal mit dem nächsten Befehl unseren Linux Arbeitsplatz Web schon mal starten. Und damit sind wir erstmal durch. Und jetzt können wir auf unserem Browser ganz einfach die IP-Adresse aufrufen. Wie jetzt schon bei der anderen Installation 192.22. Da sind wir. Keine sichere Verbindung aktuell. Das ist noch okay. Ich wähle erweitert aus. Wähle weiter aus. Und jetzt können wir hier schon ein Passwort vergeben, wie unsere neue Instanz vom Masterpasswort her vergeben sein soll. Da trage ich doch direkt mal ein Passwort ein. Ich wähle weiter aus. Jetzt können wir hier auch wieder ganz normal unsere Module auswählen. Ich lasse mal den Matrix hier weg, dass es ein bisschen schneller funktioniert. Und nur wir mit Jitsi und Nextord jetzt mal ins Rennen gehen, könnt ihr natürlich so einstellen, wie ihr wollt. Und jetzt wählen wir hier einmal öffentlich aus. Hier gibt es auch nochmal direkt eine Beschreibung von dem, was ich euch schon so ein bisschen erzählt habe. Und jetzt tragen wir hier einmal als Domain li-wo.de ein, weil das genau diese Domain ist, die wir jetzt hier einmal haben. So, dann wähle ich weiter aus. Und dann wird die Installation hier schon getätigt. Und das dauert natürlich einen Moment. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig mit dem Video. So einfach ist es. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn das alles fertig ist. Mehr müssen wir so für die öffentliche Instanz gar nicht tun. Bis gleich. So, nach ein paar Minuten, circa 10 Minuten, ist der Libre Workspace bei mir anscheinend fertig installiert. Ich klicke hier einmal auf portal.li-wo.de. Und wenn jetzt alles klappt, dann, ja, sind wir auch schon fertig. So einfach ist es. Wir haben hier direkt unser sicheres HTTPS. Das Ganze wird von Let's Encrypt automatisch ausgestellt. Wir müssen da nichts weitermachen. Und den ganzen Spaß, den wir mit der lokalen Instanz hatten, mit dem Zertifikat, den hast du nicht gesehen, haben wir hier alles nicht. Das läuft alles direkt und ist natürlich dadurch auch an jedem Endgerät, doch um einiges einfacher einzurechnen, und natürlich jetzt auch von überall aus erreichbar. Ja, wir schauen hier einmal auf die Verwaltung. Wir können hier einmal unser Passwort eingeben und schauen, ob das alles so weit mit den rechten Dingen funktioniert. Ja, das ist es schon. Wir sehen, ja, eine komplett neue Instanz. Da ist noch nichts passiert. Wie ihr das macht, habt ihr schon bereits letzte Woche im Video gesehen. Ich verlinke euch das auch nochmal in der Videobeschreibung. Und die gesamte Playlist bezüglich des Libre Workspaces packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Und ansonsten verhält sich dieser Libre Workspace genauso wie ein lokaler. Wie gesagt, außer halt eben die Adresse. Und das Coole ist, die kann man jetzt von überall aus erreichen. Ja, das kann allerdings bis zu 24 Stunden dauern, bis das funktioniert bei euch. Vor allen Dingen, wenn ihr die DNS-Einstellung geändert habt, also nicht neu gemacht habt, sondern geändert habt in gewisser Weise. Dann kann das wirklich bis zu 24 Stunden dauern. Um das Ganze zu debuggen, könnte folgender Befehl helfen. Und zwar digportal.ly-wo.de Und in dem Fall zeigt er mir jetzt hier diesen CNAME-Eintrag auch schon an. Wenn da eben noch der alte Eintrag drin steht, dann würde er das dann auch hier anzeigen. Und das könnte dann halt eben ein bisschen dauern. Ansonsten ein privates Fenster könnte hier auch nochmal helfen. Das, ja, erholt sich auch nochmal die neuesten Informationen vom DNS häufiger. Ähm, von daher könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Und wie lange dauert das, bis sich sowas ändert, könnt ihr mit Watch da vorne einstellen. Dann sehen wir nämlich jetzt hier, wie sie diese Sekunden runterzählen. Alle zwei Sekunden einmal. Ähm, also das wird erst wieder in 21.400 Sekunden geändert. Das sind vermutlich, ja, ich glaube drei Stunden, nee, sieben Stunden, acht Stunden. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube sechs Stunden. Genau, das ist es aber auch schon zu diesem Video gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man in Libre Workspace eine öffentliche Instanz installiert. Und das tatsächlich jetzt hier direkt in meinem lokalen Netzwerk, wo wir nur in unserer Fritzbox die Support Forwarding hier freigeschaltet haben. Das haben wir gemacht. Diese Kommunikation zwischen Router und dünnen DNS. Tatsächlich manchmal hat die Fritzbox auch ein eigenes dünnen DNS mit diesem MyFritz. Das kann man sogar auch verwenden, wenn man möchte. Und dann haben wir hier einmal auch nochmal das DNS von außen. Ja, eine letzte Sache gibt es dann doch noch, wo die Fritzbox euch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und zwar ist das, wenn wir jetzt hier in die Fritzbox Einstellungen gehen und dann in einmal Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellungen. Und dann gehen wir mal ganz nach unten. Und hier sehen wir einen DNS Rebind Schutz. Da schaut ihr mal, dass ihr die Domain beispielsweise jetzt in dem Fall so einträgt und einmal auf Übernehmen drückt. Dann macht die Fritzbox euch da keinen Strich durch die Rechnung, weil die Fritzbox mag es nämlich nicht, wenn öffentliche Domains auf lokale IP-Adressen eventuell zeigen in der Richtung. Von daher müsst ihr da auf jeden Fall aufpassen. Wenn ihr da Probleme weiterhin haben solltet, dann könnte es auch hilfreich sein, den DNS-Server von eurem Libre-Workspace einzurichten. Der läuft auch schon im Hintergrund. Das heißt, bei eurem Linux einfach in die Netzwerkeinstellungen. Na, kann ich euch gerade schwer zeigen. Aber hier den DNS-Server dann einzustellen. Und da nehmt ihr dann die lokale IP-Adresse. Das funktioniert beispielsweise dann auch hervorragend. Also die 192, 168, 178.22 wäre das jetzt für diese Instanz, wenn das bei euch wie gesagt lokal ist. Ansonsten hilft auch nochmal der Eintrag in der etc-host-Datei, wenn es da Probleme geben sollte. Aber wie ihr jetzt seht, bei mir hat das jetzt alles von vornherein super funktioniert. Ich gebe mein Passwort dazu ein und wir geben jetzt hier die IP-Adresse ein, 192, 178, 178, 22 und dann einmal portal.ly-wo.de, cloud.ly-wo.de, office.ly-wo.de und so weiter. Und dann kann der das auf jeden Fall so oder so auch auflösen und umgeht dann auch diese komische Fritzbox Rebind-Schutzmeldung. Denn dieser Rebind-Schutz funktioniert in manchen Instanzen, wie wir es jetzt bei verschiedenen Kunden hatten, nicht immer zuverlässig. Da hatten wir immer mal wieder ein paar Problemchen. Aber ja, kriegt mal alles hin. Ich habe euch hierzu die Werkzeuge gezeigt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim selber ausprobieren bzw. erstellen des Libre Workspaces. Falls ihr trotzdem noch mal Hilfe braucht, stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung. Dabei unterstützt ihr natürlich dann auch die Entwicklung, dass das Ganze auch weitergeht. Könnt ihr jetzt hier beispielsweise eine Anfrage stellen oder ganz bequem den Linux-Support kontaktieren. Und da helfen wir euch natürlich auch für eure Libre Workspace Instanz. Ja, ohne euch könnten wir das gar nicht so machen. Denn aktuell wird der Libre Workspace vor allen Dingen durch den Linux-Support querfinanziert. Natürlich haben wir schon einige Unternehmen, die das Ganze nutzen. Trotzdem sind aktuell die Entwicklungskosten noch höher anstatt das, was da reinkommt. Von daher würden wir uns da freuen, wenn ihr uns da in gewisser Weise auch unterstützt. Wenn euch das natürlich alles so gefällt. Ja, bei weiteren Fragen oder Anregungen könnt ihr auch gerne das Forum benutzen. Weil dann können wir da Fragen auch allgemein beantworten und man kann danach suchen und die Suchmaschine findet das und so weiter, als wenn man das immer privat stellt oder irgendwo anders. Das heißt, falls ihr da Fragen, Probleme oder sowas habt oder euch einfach nur connecten wollt, gerne im Forum vorbeischauen. Da haben wir schon viele Sachen aus der Welt geräumt. Und da haben tatsächlich auch schon verschiedene Feedbacks auch die zukünftigen Videos und vielleicht auch schon dieses Video bestimmt. Also schaut da gerne vorbei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit eurem Libre Workspace. Ciao! Ciao!